Hallo meine Freunde, heute möchte ich mit euch in meinem neuesten Harry Potter Video über die wohl unpopulärste Familie in der Wizarding World sprechen, nämlich den Dursleys. Aber mit klarem Fokus auf die Psychologie von Tante Petunia. Ich möchte euch vor allem erklären, wie sich Petunia und Onkel Vernon kennengelernt haben, wieso sie sich ineinander verliebten und warum sie diese Abscheu gegen Magie haben. Alles, was ich nun erkläre, ist Kanon und kann auf der Website der Wizarding World nachgelesen werden. Harrys Tante und Onkel lernten sich bei der Arbeit kennen. Petunia Evans damals noch, verbittert darüber, dass ihre Eltern ihre Halbschwester anscheinend mehr schätzten als sie selbst, verließ Cokeworth für immer, um in London einen Schreibmaschinenkurs zu belegen. Cokeworth ist der Familiensitz der Evans gewesen, also sie lebten in diesem Dorf oder dieser Stadt, ich kenne mich in der englischen Geografie nicht so wirklich aus. Dies führte zu einem Bürojob, bei dem sie den äußerst unmagischen, rechthaberischen und materialistischen Vernon Dursley kennenlernte. Dieser großgewachsene und halslose Juniorchef schien der jungen Petunia ein Muster an Männlichkeit zu sein. Er erwiderte nicht nur ihr romantisches Interesse, sondern war auch einfach herrlich normal. Er hatte ein völlig korrektes Auto und wollte ganz gewöhnliche Dinge tun. Und als er sie zu einer Reihe von langweiligen Verabredungen mitnahm, bei denen er hauptsächlich über sich selbst und seine vorhersehbaren Vorstellungen von der Welt sprach, träumte Petunia von dem Moment, in dem er ihr einen Ringen an den Finger stecken würde. Als Vernon Dursley zu gegebener Zeit im Wohnzimmer seiner Mutter auf die Knie einen Heiratsantrag machte, sagte Petunia sofort zu. Der einzige Wermutstropfen war die Furcht davor, was ihr neuer Verlobter von ihrer Schwester halten würde, die jetzt in ihrem letzten Jahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei war. Vernon verachtete sogar Leute, die braune Schuhe zu schwarzen Anzügen trugen. Was sollte er von einer Frau halten, die die meiste Zeit in langen Roben verbrachte und, naja, zauberte? Sie gestand ihm die Wahrheit während eines tränenreichen Rendezvous in Vernon's dunklem Auto, als sie mit Blick auf die Frittenbude saßen, in der Vernon ihnen gerade einen Snack nach dem Kino gekauft hatte. Vernon war, wie Petunia erwartet hatte, zutiefst schockiert. Er sagte Petunia jedoch feierlich, dass er ihr es nicht übel nehmen würde, dass sie eine Missgeburt als Schwester hatte. Und Petunia warf sich ihm in so heftiger Dankbarkeit um den Hals, dass er sein zerschlagenes Würstchen fallen ließ. Das klingt zweideutiger als es sollte, aber so war es. Das erste Treffen zwischen Lily, James Potter und dem verlobten Paar verlief sehr schlecht. Und es wurde in der Folge auch nicht besser. James amüsierte sich über Vernon und er machte den Fehler, dies klar zu zeigen. Vernon versuchte, James zu bevormunden, indem er fragte, welches Auto er fahre. James beschrieb seinen Rennbesen. Vernon vermutete laut, dass Zauberer von Arbeitslosengeld leben müssten. James erzählte daraufhin von seinem Gold, das er bei Gringotts lagerte und welches seine Eltern und Vorfahren über Jahrhunderte gespart hatten. Vernon konnte nicht erkennen, ob er veräppelt wurde oder nicht und wurde wütend. Der Abend endete damit, dass Vernon und Petunia aus dem Restaurant stürmten, während Lily in Tränen ausbrach und James, der sich ein wenig schämte, versprach, sich bei nächster Gelegenheit wieder mit Vernon zu versöhnen. Doch dazu kam es leider nie. Petunia wollte Lily nicht mal mehr als Brautjungfer haben, weil sie es leid war, im Schatten von ihrer Schwester zu stehen. Lily war daraufhin sehr verletzt. Vernon weigerte sich auf dem Empfang, mit James zu sprechen, sondern bezeichnete ihn in seiner Hörweite als eine Art Amateurzauberer. Nach dieser Heirat wurde Petunia Vernon immer ähnlicher. Sie liebte ihr sauberes, quadratisches Haus im Leguisterweg Nummer 4. Sie und Vernon beschlossen, nicht an der Hochzeit von Lily und James teilzunehmen. Die allerletzte Korrespondenz, die sie von Lily und James erhielt, war die Ankündigung von Harrys Geburt. Und nach einem verächtlichen Blick warf Petunia sie in den Mögelkorb. Der Schock, als sie etwas mehr als ein Jahr später ihren verwaisten Neffen auf der Türstelle vorfand, war daher extrem. In dem Brief, der ihm beilag, stand, dass seine Eltern ermordet worden waren und er bat die Dursleys, ihn bei sich aufzunehmen. Darin wurde erklärt, dass Harry aufgrund des Opfers, das Lily erbracht hatte, in dem sie ihr Leben für ihren Sohn hingab, vor der Rache Lord Voldemort sicher sein würde. Solange der Ort, an dem ihr Blut noch vorhanden war, sein Zuhause sein kann. Petunia hatte latente Schuldgefühle wegen der Art und Weise, wie sie Lily, von der sie wusste, dass sie sie insgeheim immer geliebt hatte, aus ihrem Leben ausgeschlossen hatte. Aber diese waren unter erheblicher Eifersucht und Bitterkeit vergraben. Petunia hatte tief in ihren Innern die Hoffnung begraben, dass sie einmal Anzeichen von Magie zeigen und nach Hogwarts gehen dürfte. Sie schrieb Dumbledore sogar als Kind einen Brief, in dem sie darum bat, auch nach Hogwarts zu dürfen. Als sie jedoch den schockierenden Inhalt von Dumbledores Brief las, in dem er ihr mitteilte, wie tapfer Lily gestorben war, sah sie sich gezwungen, Harry bei sich aufzunehmen und ihn zusammen mit ihrem eigenen geliebten Sohn Dudley aufzuziehen. Sie tat es widerwillig und verbrachte den Rest von Harrys Kindheit damit, ihn für ihre eigene Entscheidung zu bestrafen. Onkel Vernons Abneigung gegen Harry rührt, ebenso sehr wie die von Severus Snape, zum Teil von Harrys großer Ähnlichkeit mit dem Vater her, den sie beide so sehr verabscheuten. Es war ein regelrechter Hass, den Vernon gegenüber James Potter verspürte, seine Arroganz, die Snape auch mehrmals angedeutet hatte. Die Lügen, die sie in Bezug auf den Tod von Harrys Eltern erzählten, bruten weitgehend auf ihre eigenen Ängste. Ein dunkler Zauberer, der so mächtig ist wie Lord Voldemort, machte ihnen viel zu viel Angst und wie bei jedem Thema, das sie als beunruhigend oder unangenehm empfanden, verdrängten sie es und hielten die Geschichte von Unfalltod so konsequent aufrecht, dass es ihnen fast gelang, sich einzureden, dass sie wahr sei. Obwohl Petunia an der Seite einer Hexe aufgewachsen ist, weiß sie bemerkenswert wenig über die Magie. Sie und Vernon teilen die irre Vorstellung, dass es ihnen irgendwie gelingen wird, die Magie aus Harry herauszuquetschen und bei dem Versuch, die Briefe abzuschütteln, die an Harrys elften Geburtstag aus Hogwarts eintreffen, greifen sie und Vernon auf einen alten Aberglauben zurück, dass Hexen nicht über Wasser gehen können. Ich meine, ihr müsst euch das mal so vorstellen, Petunia ist mit Lily aufgewachsen, sie hat gesehen, wie sie über Bäche gesprungen ist, sie hätte wissen müssen, dass das kein Hindernis für Hexen und Zauberer ist. Aber in ihrem Wahn war jedes Mittel recht, um die Wahrheit weiter wegzuhalten. Nun möchte ich euch noch einige Gedanken von J.K. Rowling übersetzen, die sie während der Entwicklung dieser doch sehr speziellen Charaktere hatte. Ebenfalls nachzulesen auf der Nachfolgeseite von Pottermore. Vernon und Petunia wurden seit ihrer Erschaffung so genannt und haben nie eine Reihe von Versuchsnamen durchlaufen, wie es bei so vielen anderen Figuren der Fall war. Vernon ist einfach ein Name, den ich nie besonders mochte. Petunia ist der Name, den ich als unangenehmen weiblichen Charakter in Gesellschaftspielen, die ich mit meiner Schwester Di gespielt habe, immer gegeben habe, als wir noch sehr jung waren. Ich war mir nie sicher, woher ich ihn hatte, bis mir ein Freund vor kurzem eine Reihe von Informationsfilmen vorspielte, die im Fernsehen gezeigt wurden, als wir noch jung waren. Er sammelt solche Dinge und speichert sie auf seinem Laptop, um sie in aller Ruhe anzusehen. Einer davon war ein Animationsfilm, in dem ein Ehepaar auf einer Klippe saß und ein Picknick machte. Während es einen Mann beobachtete, der im Meer ertrank, die Aussage des Films war, winken Sie nicht zurück, rufen Sie den Rettungsschwimmer. Der Ehemann nannte seine Frau Petunia und ich fragte mich plötzlich, ob ich diesen hofstungewöhnlichen Namen daher hatte, denn ich hatte noch nie jemals jemanden getroffen, der Petunia heißt und meines Wissens auch noch nie etwas über sie gelesen. Das Unterbewusstsein ist schon eine sehr merkwürdige Sache. Die Petunia aus dem Zeichentrickfilm war eine dicke, fröhliche Figur, also anscheinend habe ich nur ihren Namen übernommen. Der Nachname Dursley stammt von der gleichnamigen Stadt in Glustershire, die nicht weit von meinem Geburtsort entfernt liegt. Ich war noch nie in Dursley und gehe davon aus, dass es viele nette Menschen dort gibt. Es war eher der Klang des Namens, der mich ansprach, als irgendeine Assoziation mit diesem Ort. Die Dursleys sind reaktionär, voreingenommen engstirnig und unwissend. Die meisten Dinge, die ich am wenigsten mag. Ich wollte im letzten Buch andeuten, dass etwas Anständiges, eine längst vergessene, aber schwach brennende Liebe zu ihrer Schwester in Petunia aufkeimt, dass sie realisiert, dass sie Lillys Augen durch Harry vielleicht zum letzten Mal sieht, dass sie aber nicht in der Lage ist, sich das einzugestehen, diese langen, vergrabenen Gefühle zu zeigen. Auch wenn sich einige Leser bei diesem Abschied mehr von Petunia gewünscht hätten, bin ich der Meinung, dass sie sich so verhält, wie es ihre Gedanken und Gefühle in den vorangegangenen sieben Büchern am ehesten entspricht. Von Onkel Werner schien niemand etwas Besseres erwartet zu haben, also wurden sie auch nicht enttäuscht. Damit bin ich am Ende meines Videos, meine Freunde. Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich die Worte von J.K. Rowling in der Ichform wiedergegeben habe. Ich finde, das ist einfach am authentischsten und am nächsten dran. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und vielleicht habt ihr auch das ein oder andere Neue über die Charaktere erfahren. Vielleicht könnt ihr euch nun in Petunia reinversetzen und erkennen, warum sie so ist, wie sie ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Meinung zu den Dursleys ist. Hättet ihr gedacht, dass da so viel hinter steckt? Im Gegensatz zu den Dursleys lade ich euch aber herzlich in meinen Nerdparadors ein, denn ihr seid hier immer herzlich willkommen.